Venom wird auf die Vivi App kommen, aber noch nicht jetzt, sondern an einem ganz anderen Zeitpunkt. Wann erfährst du in diesem Video? Unter anderem schauen wir uns auch den nächsten Star Wars Comic Drop an mit einem sehr interessanten Feature. Außerdem droppt Lamborghini weitere Autos, das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin Stein Captain, dein Vivi Oji mit den wichtigsten Vivi News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Deswegen hier immer schön den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, dass du da draußen auch kein neues Video verpasst. Und jetzt würde ich sagen, starten wir heute rein in dieses sehr, sehr coole Video. Und ich würde sagen, starten tun wir an dieser Stelle mit einem weiteren Comic Drop, und zwar nämlich von Star Wars, und zwar nämlich Return of the Jedi Hashtag 1. Und wir hatten das ganze Comic jetzt auch schon mehrmals hier in den Videos, und jetzt schauen wir uns heute auf jeden Fall noch mit den Drop Details an zu dem Comic. Das Ganze wird hier am 15. Dezember droppen, um 17.00 Uhr deutscher Zeit, und wir sehen hier ein ganz großes Special. Nicht nur, dass wir hier einfach sehr coole Cover sehen und auch neue Cover sozusagen, dazu sehen die meiner Meinung nach wirklich schön aussehen, sondern wir haben hier tatsächlich auch ein weiteres Feature mit eingebaut. Dazu aber gleich mehr. Der Listenpreis für dieses Comic ist bei 10 Gems, und das hat auch einen berechtigten Grund. Die Edition-Zahl liegt hier bei 6850 Stück, und ich würde sagen, wir schauen uns nun jetzt hier mal diese, ja, sag ich jetzt mal so Special-Sache an, die es hier gibt, denn zu jedem Comic, was man bekommt, kann man sich gleichzeitig auch noch hier ein Poster craften lassen, wenn man dieses Comic besitzt. Und das muss ich einfach sagen, ist eine extrem coole Sache, die man hier hat. Das Ganze hängt natürlich davon ab, was für ein Comic man hat, also von der Edition, ob man jetzt Common, Uncommon, Secret Rear hat. Dementsprechend kann man natürlich auch nur das Poster craften. Das Ganze wird jetzt vom 15. Dezember bis 12. Januar möglich sein, und wir schauen uns auf jeden Fall mal die Poster an. Das ist jetzt hier kein großer Unterschied zu den normalen Covern, aber ich finde es auf jeden Fall eine coole Idee, dass man das sich einfach mal so gratis mit dazu holen kann. Und das Comic wird an dieser Stelle natürlich auch nicht geburned. Finde ich persönlich eine sehr, sehr coole Idee. Schreib du mir auch mal gerne unten in die Kommentare, wie du diese Idee findest. Ich persönlich finde sie einfach super cool, denn das gibt irgendwie diesen Postern irgendwie, denn das gibt diesen Comics einfach irgendwie nochmal so einen coolen Beigeschmack, dass man hier dann auch das Poster dazu bekommt in einem schönen Rahmen, sich das irgendwann irgendwo hinhängen kann. Finde ich persönlich einfach eine mega geile Idee. Und was auch eine super coole Idee ist, ist nämlich der nächste Livestream, wo du auf jeden Fall heute Abend mit dabei sein solltest. Hier steht zwar 20 Uhr deutscher Zeit, wir werden das Ganze aber auf 20.30 Uhr deutscher Zeit verschieben. Kommt sehr auf jeden Fall sehr gerne vorbei. Ich bin wieder live mit Chris Vivireisen. Und wir werden unter anderem natürlich auch nochmal das Thema Viva 2023 für dich besprechen. Unter anderem aber natürlich auch viele, viele weitere sehr spannende Themen. Deswegen schau auf jeden Fall unbedingt sehr gerne heute Abend vorbei. Und nun kommen wir zum nächsten Job. Und das ist nämlich der nächste Lamborghini-Job. Und der hat es wirklich in sich. Meiner Meinung nach wirklich die besten Lamborghinis, die wir bis jetzt hier auf der Viva gesehen haben, werden jetzt droppen. Und zwar nämlich am 9. Dezember, das heißt am Samstag um 17.00 Uhr deutscher Zeit. Und zwar der Lamborghini 350 GT. Und das ist ein relativ altes Modell, muss man sagen. Aber für mich persönlich auf jeden Fall auch ein sehr schönes Modell. Wir haben hier natürlich auch wieder die ganzen Autos interaktiv. Das heißt, man kann die Türen aufmachen. Vielleicht sogar irgendwie hinten den Kofferraum aufmachen. Das wird man dann sehen. Aber auf jeden Fall hier eine sehr, sehr coole Aktion. Wir sehen hier als erstes den roten als Rare. Dann haben wir hier außerdem einen Listenpreis von 70 Gems und eine Editionzahl von 1200 Stück. Wir haben es natürlich auch hier mit einer First Edition zu tun. Aufgrund dessen, weil wir das das erste Mal hier auf der App sehen. Ansonsten zieht sich das hier weiter durch. Wir haben hier einen sehr, sehr schönen weiteren Lamborghini mit einer sehr schönen Farbe. Das Ganze ist eine Ultra Rare mit einer Editionzahl von 964 Stück. Natürlich auch hier wieder eine First Edition. Als nächstes haben wir dann einen sehr schönen blauen Lamborghini. Das Ganze wird hier auch eine Editionzahl von 964 haben. Und als letztes haben wir dann hier noch einen Sigurdjahr in grün, der wirklich auch hier wieder fantastisch aussieht. Und das Ganze wird nur eine Editionzahl von 120 Stück haben. Da muss man auch immer nochmal beachten, da kommen ja nochmal die Editions drauf, die Vivi sich selber einbehält. Also das ist wirklich, wirklich extrem krass. Insgesamt wird es hier nur 80 Sigurdjahrs geben. Sie haben es hier nämlich unten auch nochmal geschrieben. Only the first 30 Editions will be sozusagen zurückgehalten von den Sigurdjahrs. Das heißt insgesamt wird es nur 80 Stück von dieser Sigurdjahrs geben. Aber trotzdem auf jeden Fall super coole Autos. Der Listenpreis ist für mich persönlich hier ein bisschen zu hoch. Klar, wir reden hier von Lamborghini. Zum momentanen Zeitpunkt wird das Ganze aber sehr wahrscheinlich, ja, außer bei der Sigurdjahr, wahrscheinlich unter den Droppreis fallen. Dementsprechend für mich persönlich erstmal ein Skip. Aber ich werde mir definitiv hier eines dieser Autos holen. Je nachdem, welche Farbe mir dann im Endeffekt auch in Augmented Reality besser gefällt. Beziehungsweise in dem Pre-Showroom. Aber das ist meiner Meinung nach ein absolut cooler Drop. Schreib du mir auch unbedingt mal gerne unten in die Kommentare, wie du diesen gesamten Drop findest. Und ansonsten kommen wir zu einer nächsten Sache, die mir persönlich sehr am Herzen liegt. Denn wir haben in der Vivi Deutschland Telegram Gruppe wieder eine Spendenaktion gestartet. Und dieses Jahr auch wieder für die DKMS wie die letzten Jahre. Und wir werden außerdem natürlich nicht nur euch so ein bisschen dazu auffordern, vielleicht da ein bisschen was zu spenden, weil es einfach eine sehr gute Sache ist. Sondern ihr könnt auch gleichzeitig noch was gewinnen, wenn ihr mehr als 20 Euro spendet. Unter anderem seht ihr hier zum Beispiel ein Avengers Comic. Es gibt hier einmal zweimal diese Funko Pops. Ihr könnt hier sogar einmal 60 Dosen Meta Brew Bier gewinnen. Und ab einem Ziel von 500 Euro wird es auch nochmal einen Funko Pop dazugeben von mir, den ich dazu werfen werde in den Preispool. Wenn wir hier die 500 Euro erreichen sollten. Für alle Leute aber natürlich nur die 20 Euro oder mehr gespendet haben, werden hier die Preise dann ausgelost. Das Ganze kannst du über Instagram machen. Falls du kein Instagram haben solltest, aber trotzdem spenden möchtest, kannst du sehr gerne mir schreiben. Dann werden wir das irgendwie abwickeln, dass du trotzdem in den Giveaway Pool kommst und wir dann einfach deine Spende abgeben. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn du uns hier bei diesem sehr, sehr wichtigen Projekt auch unterstützen würdest. Und der DKMS und damit auch den Menschen, die Blutkrebs haben, hier auf jeden Fall zu helfen. Kommen wir zu einem nächsten Thema und das wird jetzt ein bisschen größer. Auch wenn es auf ersten Blick nicht so aussieht, die Marvel Mighties werden richtig abgegradet. Und zwar auch mit Craften. Und es wird nicht nur hier das erste Craften von Marvel Mighties geben, sondern auch Venom als First Appearance geben auf der Vivi App. Und das ist meiner Meinung nach extrem, extrem cool. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an, wie das jetzt eigentlich abläuft. Ich habe das Ganze mal hier auch auf Deutsch übersetzt, einfach um es ein bisschen einfacher zu machen, da die Thematik vom Craften wirklich extrem kompliziert ist. Und es schon sehr, sehr viel Verwirrung gab dazu. Es wird auch einige Spaces auf Twitter dazu geben, einfach aufgrund dessen, weil es einfach relativ kompliziert ist. Ich würde sagen, wir schauen uns aber den Job auf jeden Fall direkt mal an. Wir werden hier insgesamt übrigens vier Marvel Mighty Series sehen. Das ist der erste Part, den wir jetzt hier sehen werden. Und wir haben hier eine Symbionten-Handwerksevent im Prinzip, mit dem man dann im Endeffekt auch hier den Venom craften kann. Schauen wir uns aber erst mal den Job an, den wir sehen werden. Hier sehen wir erstmal Falken als Ankommen. Wir haben natürlich auch hier wieder sehr, sehr viele First Appearance mit dabei. Einfach aufgrund dessen, weil wir viele dieser Mighties tatsächlich noch nicht als normales Collectible in der App haben. Der Listenpreis hier für die Mighties wird bei 15 Gems liegen und der Drop-Tag wird hier der 10. Dezember sein, um 17 Uhr deutscher Zeit. Ansonsten haben wir es hier, wie gesagt, mit Ankommen zu tun. Als dieses haben wir dann Scarlet Witch als Ankommen. Und das ist tatsächlich auch eine, die dazu gehört, mit der man dann auch später etwas craften kann. Dazu, wie gesagt, aber gleich mehr. Hier haben wir eine Auflage von 2060 Stück. Außerdem natürlich auch hier die First Appearance von ihr. Ich finde es tatsächlich hier sogar mit dem Mighty ziemlich gut gelungen. Ansonsten haben wir hier natürlich weiterhin einen Listenpreis von 15 Gems. Als nächstes haben wir dann hier War Machine als Rare. Das Ganze wird hier eine Editionlage von 2200 Stück haben. Und als nächstes haben wir dann hier Vision. Finde ich auch sehr gut gelungen, muss ich sagen. Eine Edition-Auflage von 2200 Stück. Und als nächstes haben wir dann noch Nick Fury. Hier mit einer Edition-Auflage von 1500 Stück als Ultra Rare. Und als letztes haben wir dann noch eine Secret Rare Winter Soldier. Und das Ganze wird eine Edition-Auflage von 900 Stück haben. Insgesamt muss man sagen, es sind sehr viele Editions meiner Meinung nach hier für die Mighty's. Aber jetzt kommt der interessante Part. Denn wir werden hier nicht nur eine normale Mighty Series sehen, sondern eine Symbionten-Handwerks-Event sehen. Beziehungsweise ein Crafting-Event, um es mal richtig zu übersetzen. Und das ist, wie gesagt, hier nur ein Part von drei folgenden Mighty Series Drops. Und da wird es unter anderem auch vergiftete Mighty's geben. Und das schauen wir uns erst mal an. Hier sehen wir als erstes mal ein Preview von den Marvel Mighty's. Wie die dann sozusagen, wenn die ein Symbiont werden, aussehen könnten. Für mich persönlich einfach mal extrem cool, wie der jetzt hier erst mal diese Konzeptart aussieht. Das Ganze ist natürlich nicht final. Das Ganze wird noch deutlich besser werden. Keine Sorge, das wird nicht so aussehen und auf Vivi droppen. Das sind erst mal nur sozusagen so Ideen, die von den Künstlern hier gemacht wurden. Dadurch, dass die nächsten Series ja auch noch ein bisschen brauchen, bis die dann wirklich rauskommen, ist hier auf jeden Fall auch genug Zeit, um diese Collectibles dann auch rauszubringen beziehungsweise richtig zu designen. Das wird dann aber auf jeden Fall in den kommenden Videos auch noch mal thematisiert. Deswegen solltest du hier auf jeden Fall auch den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren natürlich. Als nächstes haben wir dann hier sogar noch mal Venom. Und das wird im Prinzip das Collectible sein, was man dann hier aus diesen vier Mighties craften kann. Plus, man muss dann nochmal, um das Collectible zu bekommen, 50 Gems dazuzahlen. Man wird diese Collectibles hier aber nicht burnen. Die behält man dann. Aber meiner Meinung nach, also ganz ehrlich unter uns, dieser Venom als Konzeptart ist das jetzt natürlich erst mal, sieht aber einfach schon wirklich extrem cool aus. Schreib mir da auf jeden Fall auch unbedingt deine Meinung zu diesem Collectible in die Kommentare. Das wird wahrscheinlich noch mal ein bisschen abgeändert werden, aber das ist auf jeden Fall so der erste Sneak Pick, den wir hier dazu sehen können. Kommen wir jetzt aber nun zu dem gesamten Prozess. Wir haben hier insgesamt vier Marvel Mighty Series und jeweils zwei Mighties können sozusagen hier dann gecraftet werden, aus jeder Series zu einem sozusagen Venomized Character, beziehungsweise zu einem von diesen hier. Und aus diesen vieren, also das heißt, wenn man sozusagen alle vier Drops hat, dann zwei jeweils von diesen Mighties aus der Series zusammengecraftet hat. Hier können wir dann zum Beispiel sehen, bei den Marvel Mighty X-Men Heroes wird man Beast und auch Storm sozusagen zusammen machen können. Und dann wird man hier einen von diesen bekommen und wenn man sozusagen aus allen vier Series die mindestens zwei zusammengecraftet hat, dann bekommt man im Prinzip vier von diesen Venomized Mighties. Und diese wiederum kannst du dann nutzen, um hier für 50 Gems dann diesen Charakter, beziehungsweise diesen Venom FA zu craften. Finde ich persönlich ein sehr, sehr cooles Konzept. Es ist sehr, sehr kompliziert und deswegen will ich euch auch noch mal hier den gesamten Artikel zu dem Craften in die Beschreibung packen, dass ihr es euch noch mal ganz genau durchlesen könnt. Ich kann euch natürlich hier auch nicht 100% Sicherheit geben, da ich natürlich auch Dinge falsch verstehen kann. Ich gebe euch jetzt aber einfach das wieder, was ich hier so verstanden habe, wie das Ganze ablaufen wird. Das Ganze wird dann auf jeden Fall zu einem späteren Zeitpunkt in 2024 hier dann sozusagen auch hergestellt werden können. Und Venom kann dann hier Craft to Purchase dann im Prinzip erworben werden. Ich finde es auf jeden Fall einen sehr, sehr interessanten Weg, den wie wir hier geht mit diesem Craften. Es ist meiner Meinung nach ein leider echt sehr, sehr kompliziertes Verfahren, was das Ganze nicht so ganz leicht macht zum Verstehen. Aber nichtsdestotrotz die Idee und auch dieses Craft to Purchase, dass man dann irgendwann sich halt diesen Venom holen kann als FA-Character, finde ich eigentlich einen sehr, sehr spannenden Ansatz und zeigt auch tatsächlich so ein bisschen, wo Vivi so ein bisschen auch hingehen möchte. Denn das wird nicht nur ein Teil sein von einem Bärenmarkt jetzt einfach, um noch ein bisschen Geld reinzukommen, sondern auch wahrscheinlich eine Idee sein, wie man dann irgendwann auch das generelle Sammeln auf der App nochmal intensivieren kann. Und man muss ja ganz klar sagen, diese Character beispielsweise hier, die gibt es auch nirgendwo physisch. Und dementsprechend wird es auch extrem interessant, natürlich dann auch für physische Sammler hier ins Digitale zu kommen, um solche extrem coolen Mighties dann auch zu sammeln. Und um das Video jetzt auch nicht zu lange zu machen, falls du noch Fragen hast zu diesem Mighties, dann stell sie mir auf jeden Fall sehr gerne unten in die Kommentare. Ich versuche sie dort so gut es geht auf jeden Fall zu beantworten. Aber ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen und ich wünsche dir da draußen jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend und bis dann, Herr Käpt'n. Ciao, ciao.